Hallo Klickenarmler, neben mir sitzt der Daniel von Board Game Circus. Hallo Daniel. Hi, grüß euch. Hacktrick, willst du uns jetzt vorstellen? Zum einen, ich habe es vorhin gesagt, auch der Jörg kennt man nicht alle Spiele, ist auch mal ganz schön, lass mich gerne überraschen. Und natürlich das Zweite, bevor wir auf das Spiel eingehen, dich kennt vielleicht auch nicht jeder, vielleicht welche Funktion du jetzt hast in dem Spiel. Genau, also Board Game Circus ist ein Vertrieb, Verlag und auch Service-Dienstleister für Brettspiele und Hacktrick, it's hacking time, haben wir auf der Spielmesse entdeckt. Wir übersetzen die Spiele für Mindfitness Games, machen die deutschen Übersetzungen und bieten die eben auch dem Handel an, also machen den Vertrieb dafür. Das Spiel gibt es allerdings noch nicht auf Deutsch oder gibt es das jetzt schon? Doch, das Spiel ist jetzt auf Englisch und Deutsch verfügbar und zwar handelt es sich hierbei um die aktualisierte Neuauflage für zwei Spieler. Es gab Hacktrick ohne den Zusatz it's hacking time, schon einmal als Spiel für zwei bis Spieler. Tatsächlich ist es aber das bessere Zwei-Spieler-Spiel und so konzentriert man sich in der Neuauflage eben auf zwei Spieler. Okay. Wir haben es hier im Wesentlichen mit einer erweiterten Version von drei Gewinn zu tun, kombiniert mit einem Handkartenmanagement. Ich sehe es jetzt gerade von den Linien. Genau. Ziel des Spiels ist es, entweder in einer horizontalen oder diagonalen Linie drei Würfel deiner eigenen Farbe liegen zu haben, womit du quasi drei Städte horizontal oder vertikal oder diagonal infiziert hast. Alternativ könntest du das Spiel auch gewinnen, indem du einen Server hackst und das erreichst du, indem du drei Würfel deiner Farbe in einer Stadt platziert hast. Okay, okay. Am Anfang werden zwei Karten rausgelegt. Diese Karten sind offene Information. Der Rest der Karten ist insofern bekannt, als dass es Zahlen von 0 bis 5 gibt und jede Karte dreimal. Deduktion ist hier ein ganz wichtiges Element, mit dem du das Spiel beherrschen wirst, indem du, je weiter die Auslage voranschreitet, natürlich immer besser vorhersehen kannst, welche Karten sind denn eigentlich noch übrig. Die beiden Spieler spielen also abwechselnd aus zu der schon liegenden Karte eine von ihrer Hand und platzieren dann einen ihrer Würfel auf die Zahl, die sich aus der Summe der beiden Karten ergibt, nämlich der gelegten und der, die davor lag. Jetzt habe ich hier die Spielsituation schon mal aufgebaut, würde also der nächste Spieler gelb die 5 legen, bekommt er hier in Summe eine 8, platziert einen Würfel auf Feld 8 und hat damit dann das Spiel gewonnen, weil es ihm gelungen ist, eben hier diagonal drei Server zu infizieren. Ihr spielt also dabei taktisch immer eure Karten aus, behaltet im Hinterkopf, was kann der andere noch für Karten haben. Das kann man ja auch sehr gut herleiten aus denen, die man selbst hat und versucht dann zu verhindern, dass der Spieler dort draufkommt. Das kann man unter anderem auch, indem man eine Kombination spielt, bei der eine Zahl herauskommt, die der Gegner besetzt. Wenn ich jetzt eine 8 spiele, kann ich als violetter Gegner diesen entfernen und dafür einen von meinen einsetzen. Den entfernten Würfel bekomme ich auf die Hand, den lege ich mir hier an der Seite ab. Hier ist also mein eigener Vorrat und hier sind meine Spezialwürfel und die kann ich später im Spiel einsetzen, zum Beispiel um den Gegner nach der Summe seiner Handkarten zu fragen. Dann gebe ich den Würfel ab, lege den hier oben hin, damit es er verbraucht und dann erfahre ich, welche Summe die Karten, die er auf der Hand hat, noch hat. Das macht mir noch einmal leichter zu ahnen, was er dann jetzt überhaupt noch spielen kann. Und man kann diese Würfel, die man eingesammelt hat beim Herausnehmen, aber auch nutzen, um zu blocken, dass der Gegner fragt, was ich für eine Summe habe. So findet also ein Schlagabtausch statt zwischen dem Ausspielen der Karten, die ich brauche, um die Positionen zu besetzen, zwischen dem in die Karten gucken per Abfrage beziehungsweise dem Blocken, also der Firewall, um einfach die Information nicht rausgeben zu müssen. So, und das Spiel endet dann, wie gesagt, wenn eine der Zielbedingungen erreicht wurde. Das ist Hacktrick. Und es klang am Anfang so leicht und deswegen habe ich gerade gespickt, Mindfitness hat schon seinen Begriff zu Recht. Absolut, genau. Weil ich glaube, einer, wo sich Gutes merken kann, das können auch Jüngere sein, das müssen Ältere sein, hat dadurch auch seinen Vorteil, weil ich da viel kombinieren muss. Wobei, es geht auch schnell 15 Minuten. Genau. Sind die beiden Spieler vom Level her ungefähr ausgewogen, dann ist es ganz egal, ob sie mehr aus dem Bauch heraus spielen oder ob sie wirklich sich super merken können. Schwierig wird es nur dann, wenn einer, der sich sehr gut merken kann mit jemandem spielt, der rein aus dem Bauch heraus spielt, dann hätte sicherlich der merkende Vorteile. Ansonsten lässt sich das also mit verschiedenen Schwierigkeitsleveln spielen und ist auch deswegen schon wieder kinderfreundlich oder jugendfreundlich, sage ich mal. Aber es gibt, wie gesagt, einen richtigen Twist in diesem Spiel. Deswegen veranstalten wir dieses Jahr auch eine Turnierreihe dazu und werden auf der Messe in Essen dann quasi den World Champion Hacktrick küren, der eben ermittelt wird in den verschiedenen Lokalevents und deren Gewinner dann dort gegeneinander antreten. Okay. Und wie gesagt, das Spiel gibt es mit deutschen Regeln, gibt es im Handel, wer jetzt Interesse hat. Kann zuschlagen, aber unterschätzt nicht. Ich habe jetzt auch gedacht, mein Gott, das ist ja schnell gespielt. Durch die Auslage der Karten gehört schon ein bisschen mehr dazu. Das und noch Plättchen haben die ja auch noch gewonnen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das wurde jetzt gerade noch. Genau. Wenn man also Turnier spielt, auch lokal, dann benutzt man eben die Bitcoin-Plättchen und zeigt damit einfach an, wie viel gewonnen wurde. Denn es empfiehlt sich eine Partie zum Beispiel von drei oder eben in dem Fall gibt es ja dann auch sechs Plättchen, sechs Spielen lokal zu spielen und dann gewinnt natürlich am Ende derjenige, der die meisten Bitcoins sammeln konnte. Genau. Okay, gut. Herzlichen Dank dir für die Erklärung. Bitte sehr. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.